gespielt knieoperation aber wann ist denn wieder mit einem einsatz zu rechnen im rückspiel ich glaube jetzt haben wir rechts kosecki sechs tor chancen liebe zuschauer dds v werder abseits oder nicht direkt abgeschossen das zählt 33 minuten 1 zu 0 für galatasaray istanbul noch einmal nicht gestört beim schuss freie bahn und oliver rekt überrascht roman kosecki ich habe vorhin gesagt der tor